Musik 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 Und die Müge ist an die Puma, die wir machen jetzt hier. Nee, nee, komm, wir machen hier weiter. Eigentlich habe ich sie noch nie gesehen, sie haben ja eben sich schon kaputt gelacht. Musik 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 Around 2-3 of the young people between 14 and 19 are using TikTok in Germany. So it will become an important instrument to use voters and to fight for votes in these European elections. Musik 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 Also ich finde es eigentlich ganz gut. Ich denke, viele junge Leute nutzen Social Media, TikTok, Instagram und so. Und wenn man da so ein bisschen über Politik was hört, dann ist das vielleicht ein einfacher Kanal. Um junge Leute zu erreichen. Also Kinder in meinem Alter sind halt auch ziemlich leicht zu beeinflussen. Das ist halt bei so einer Plattform eher nicht so gut. Und dass junge Leute jetzt immer mehr mit einbezogen werden, finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, fast jeder von uns benutzt Instagram, TikTok. Und dass dann darüber versucht wird, so ein bisschen mehr für die eigene Partei zu werben, das glaube ich eigentlich ganz positiv. Musik 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 Musik